Liebe deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG 2020, herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Mein Name ist Dr. Lorenz Adlung und ich bin Gastwissenschaftler hier am wunderbaren Weizmann-Institut in Israel. Doch mit etwas Glück kann ich schon im nächsten Jahr meine eigene Forschungsgruppe starten in Deutschland, Systembiologie und Wissenschaftskommunikation. Für das Wissen, dagegen geht nicht, freie Forschung, sie bewegt mich, Debatten denken, das belebt ist, fair und ethisch, Passivität riss, DFG-Schnitt.